Das Spiel war mal wieder sehr fair und ja, ich hab trotzdem hier meinen Spaß. Willkommen zurück zu Jack3. Bin mittlerweile at peace, was das ganze Game angeht und alles. Und ja, ich glaube ich hatte auch immer wieder so diesen Drang, dass ich jetzt alles so schnell durchkriegen möchte und so. Nein. Ich lass mir hier die Zeit oder muss mir hier teilweise Zeit nehmen, weil das Spiel einfach unfair ist, straight up. Und einfach mir nicht markiert, wo ich noch hin muss in einer Zeit, die einfach weiterläuft. Also ich fand das schon extremst dreist beim letzten Mal. Danach hab ich noch einiges an Bockmissed Offscreen gemacht. Weshalb ich diese Rennchallenge, die mich insgesamt 5 Minuten gedauert hat, also wirklich abgestoppt. Also bei 4,55 bin ich geendet. Das hat mich dann einfach 5,6 Versuche gekostet. Aber ich hab jetzt auch verstanden, dass man durchaus Gegner töten sollte für das ganze Turbozeug. Also es macht doch einfach mehr Spaß dann. Mindestens mal das, aber es ist auch einfach praktischer. So, was will der uns jetzt wieder vollquasseln hier? Was hast du zu tun, Jung? Auch mit dem Schicksal, wenn du die richtige Zutat nimmst. Eko. Wir verstehen uns. Die Mönche verkünden das Ende der Welt. Doch ich bin stark. Wir werden überleben, selbst wenn diese Welt stirbt. Sei bereit. Du bist einer meiner besten Krieger und ich brauche dich für das, was noch vor uns liegt. Ich darf dich nicht verlieren wie meinen Sohn. Deinen Sohn? Vor langer Zeit. Doch der Krieg hat viele Opfer gefordert, sodass andere überleben konnten. Aber das ist nun unwichtig. In letzter Zeit machen uns die Plünderer schwer zu schaffen. Ich will, dass du dir ein Fahrzeug nimmst und ihre Patrouillen aufspürst. Geh, mach diesen Krieg zu deinem. Das will ich nicht. Das ist auf der einen Seite eine sehr inspirierende Rede in gewisser Weise. Auf der anderen Seite ist es einfach nur... Na, größenwahnsinnig. Wenn diese Welt stirbt oder untergeht, werden wir überleben. Was... Digi. Wenn dein scheiß Planet in die Luft fliegt, was will zu tun? Du bist eine schwache Ameise auf der Erde. Oder wo auch immer du hier lebst. Was ist mit ihm? Alle bekloppt geworden hier. Okay, wir haben wieder diese lustige Radkappe da, was auch immer das sein soll. Ich weiß wirklich nicht, was es eigentlich darstellen soll, aber... Wir dürfen jetzt wieder irgendein Auto besteigen, wie es aussieht. Das ist doch das Icon davon. Ja, ich komme hier immer noch nicht klar mit dem Menü. Immer noch nicht. Ja, ja, genau. Ich darf jetzt gleich wieder in die Wüste. Super. Ich habe jetzt hier auf der Kart auch nichts mehr so weit markiert. Hier sind wahrscheinlich noch einige Orbs zu sammeln, theoretisch. Aber ich glaube, das werde ich mal nach der Aufnahme machen. Also vielleicht halt wirklich direkt sogar nach der Aufnahme oder halt... Ja, halt bis zur nächsten auf jeden Fall mal. Würde ich... Ach komm. So, nur ein kleines Surfbrett hier. Ähm. Würde ich meinen Angriff nehmen? Wollen. Ob ich das wirklich mache? Weiß ich noch nicht. Oder ob ich dann zu viel Lust habe, weiterzuspielen? Mal gucken. Es würde halt wahrscheinlich dem Spielverlauf nicht gerade schaden, wenn ich dann einfach ein paar mehr Orbs hätte. Weil bessere Waffen, bessere Autos, das eine oder andere extra. Also es ist, denke ich mal, nicht schlecht. Und weißt du was? Ich gönne mir jetzt mal einen. Ich gucke mal mal. Aber ich glaube schon, ich werde dieses Hitz... Äh, nicht dieses Hitzeding nehmen, also das Ding hier, sondern... Das Ding wäre eigentlich schon ganz geil. Dieser Staubdämon. Ich finde den irgendwie extremst... Erregend. Nein, aber der spricht mich irgendwie an, deswegen. Ähm. Würde ich mir, glaube ich, den jetzt freischalten. Weil wir noch genau 15 haben. Und ich könnte mir jetzt den hier, den Staubdämon holen. Oder eben den Hitzesucher. Ein Wüstenschreier, der kostet leider 5 zu viel. Und ich will jetzt ein neues Gefährt haben, bin ich ehrlich. Wobei ich gar nicht weiß. Steht da jetzt wieder einer und ich muss den benutzen? Oder wie ist das? Oder? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was gerade abgeht. Aber den können wir jetzt nutzen. Und ich wette, der ist schon mal deutlich besser. Aber ja, ich weiß gerade nicht, was wir... Oh. Ich fahre den Fuhrpark einfach mal durcheinander. Was soll's? Was, 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 was sollte ich jetzt eigentlich machen? Warum war das Icon hier? Ich... Verstehe es noch nicht so ganz. Ah, jetzt haben wir eine Mission. Okay, alles klar. Ich verstehe sie aber nicht. Oh. Ah, okay. Stimmt, die haben auch alle andere Waffen. Habe ich auch vergessen. Äh, was, was, was ist denn meine Mission? Die Dinger zu töten? Ja, okay. Diese großen, ja, Panzer, sag ich mal, zu erledigen. Ist schon irgendwie so, ne? Sind irgendwie Panzer. Und die haben schon ganz gut hier die Festung angegriffen. Oder was auch immer das jetzt genau sein soll. Was bist du? Du bist einfach nur ein brennender Wagen, der mich nicht interessieren sollte, oder? Ja, okay. Ja, ich muss mich auf die großen Wagen konzentrieren. Das ist halt das Wichtige, ne? Die haben diese brennenden Geschosse. Die auf keinen Fall den Turm da plätten sollen. Ist irgendwie gerade mega schwindelig. Ich weiß nicht wovon. Ach, da drüben ist auch schon die ganze Zeit so ein, oder ne? Ne, das ist jetzt unser Schiff. Shit. Ähm. Ich hab die falsche Taste gedrückt zum Driften. Deswegen bin ich einfach nur ein bisschen ausgebremst quasi. Das ist ganz, ganz schlecht hier, was gerade abgeht. Dreh dich. Okay, unsere Festung ist fast tot. Das ist nicht gut. Sind ja, sind ja schon weitere? Ne, irgendwie nicht. Mein Auto nimmt auch irgendwie sehr wenig Schaden. Das finde ich schon mal gut. Nein, nein, nicht, nicht brennende Schilde werfen hier. Bitte nicht. Ja. Also ein, zwei Treffer und das Ding ist am Arsch, befürchte ich. Aber unser Auto ist jetzt sehr stabil. Also ich glaube, das ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen, dieses Ding zu nehmen, weil das ist sehr robust. Und für so eine Aufgabe hier eigentlich gerade wie gemacht. Okay, diese brennenden Autos, die schaden aber trotzdem auch. Das habe ich bisher gar nicht richtig gesehen oder verstanden oder bedacht. Ich habe nicht erwartet, dass das Impact macht. Oder dass die, also ich dachte eigentlich nur, die sollen mich stören. Aber nein, tatsächlich nicht. Aber Hauptsache, diese Dinger sind tot. Das ist für mich das Wichtige. So. Hm. Okay. Ich fahre mal wieder zurück, ne? Nicht, dass das jetzt wieder heißt, die greifen weiterhin an. Hier ist sieben. Blünderer haben eine unserer Artefaktenminen angegriffen und ein sehr wichtiges Objekt gestohlen. Vermutlich ist es jetzt in ihrem Stützpunkt. Findet den Außenposten und holt das Objekt zurück. Es soll euer Schaden nicht sein. Warum wackelt das Ding so? Keine Ahnung. Ähm, was habe ich jetzt genau bekommen? Strahlen, General. Ja, aber was? Ist das jetzt einfach nur irgendein Gegenstand, der mich nicht zu interessieren hat? Ich glaube, die oberen sind Storyfahrzeuge und die unteren kann ich mir alle freikaufen, oder? So sieht es jetzt für mich aus, erst mal in der Übersicht. Ist keine Waffe. Kein weiteres Affen-Waffen. Kein weiteres Affen-Upgrade, genau. Ähm. Es ist auch keine Panzerung, das hätte ich jetzt nicht erwartet, auch keine Fähigkeit. Hier irgendwas einfach, ne? Können wir damit irgendwas machen? Also hat das für uns einen Sinn? Ich glaube nicht, oder? Also das Jetboard halt schon, ja. Das Kampf-Ambulett, da fehlt auch noch ein bisschen was, ne? Ähm. Aber hier so Holowürfel, Strahlen, hat das für uns irgendeinen konkreten Effekt? Oder ist es einfach nur so, ja sammel das mal? Weil bisher wüsste ich jetzt nicht, was das für einen Effekt haben soll. Na gut. Ja, aber Orbs zu haben, wäre schon ganz nett. Der Dünen-Springer ist halt vor allem jetzt... Ich habe jetzt nicht versucht, mit dem Ding zu springen, was ich mir gerade freigekauft habe. Aber der kann halt hochspringen, ne? Also es ist... Wenn die mir sowas wieder hier empfehlen, dann ist es nicht verkehrt, so ein Gerät fürs hohe Springen zu haben. Aber das gerade war genau richtig, dass ich mir den da freigekauft habe. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich glaube, die anderen wären deutlich schneller am Arsch gewesen. Und das wäre nicht gut gewesen. Ah, der kann auch genau diese gleichen Bomben hier, okay. Gut zu wissen. Ähm, wo muss ich jetzt genau hin? Ist das jetzt der Mönchstempel oder ist das was anderes? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich bin auch schon wieder tausendmal in den falschen Minus unterwegs. Konnte man nicht noch irgendwie rauszoomen? Ging das nicht? Es ist der Mönchstempel, oder? Oder war das... War der Mönchstempel da unten? Ich glaube, der war da unten. Ne, ne. Das ist was anderes, glaube ich. Wäre schön, weil ich... Ich befürchte zwar immer noch, dass ich einmal mindestens noch in den Mönchstempel zurück muss. Vor allem, weil da diese große Statue ist. Ähm. Und weil einmal zurückkehren ja nicht reicht. Hm. Warte mal. Hier war dieser Eingang. Da haben wir diese... komischen Viecher da erledigt. Was ganz, ganz knapp nur geklappt hat. Also da war ich kaum noch am Leben. Das war aber dieser Vulkan hier. Das ist nicht... Da muss ich jetzt nicht hin, okay. Also da gibt es auch keinen Weg, der uns jetzt dahin führt, wo wir eigentlich hin sollen oder was. Nicht, dass das jetzt hier... Der einzige Weg oder eine Abkürzung ist... Nein, nein. Wir können einfach drum rum fahren. Sollen drum rum fahren. Und das komplett ignorieren. Das ist gut zu wissen. Ah, hier ist diese komische Stadt. Diese Ruinen. Das ist nochmal ein anderer Weg da rein. Irgendwie. Habe ich da einen anderen Eingang als den Ausgang benutzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, ich bin noch einmal im Kreis gefahren. Naja. Ist doch egal. Hier muss ich hin. Irgendwie. Da komme ich von der anderen Seite hin, wie es scheint. Oh, da sollte ich drüber fahren. Das erinnert mich gerade sehr an GoVocation. Habe ich auch mal richtig Bock, das nochmal im Stream anzufangen einfach. Ja, 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 ja. Bin ich gerade irgendwie von der völlig falschen... Ne, ich bin eigentlich von der... Also... Ja, schneller ging es nicht. Glaube ich. Passt schon. Ich würde jetzt hier auch ungern irgendwie ins tiefe Wasser fallen oder sowas. Weil dann darf ich bestimmt wieder ganz vorne anfangen. Das muss nicht sein. Aber es ist so nett spiralförmig aufgebaut. Es ist auf jeden Fall besonders. So. Und ein bisschen was von der Strecke Moor aus. Moor-Hun-Karte. Dings da hat es auch. Oder Sumpf oder? Ne, wie hieß es denn? Oder Sumpf hieß es. Und das... Warum ist das nicht auf der Karte, Maki? Ich schaffe den Sprung doch niemals. Brauche ich dafür etwa Turbo? Achso, shit! Da war... Ich starte hier. Ja, das ist gut. Aber irgendwie habe ich das auch schon wieder komplett verpeilt. Das da ja auch schon, ja. Okay. Ähm, ich werde versuchen mit ganz viel rasantem Speed hier langzufahren und hoffe, dass das reicht. Aber ich habe die Befügung, dass das nicht funktionieren wird. Okay, das reicht. Wow. Das ist halt schon ein krasser Sprung, aber das reicht. Äh, und jetzt? Achso, okay. Danke, danke, danke. Freundlich. Und wer ist jetzt hier? Weil das sieht mir genau nach so einem Battle aus, wie wir das in Haven City hatten. Ah, es ist eine Falle. Ach, schön. Na gut, sieht halt auch aus wie so eine Gefängnisinsel irgendwie. Äh, ja, und jetzt? 60. Was heißt 60? Ah, hier kommen 60. Hallo. Nein! Ich hätte schon gern Waffen. Wäre schon ganz praktisch. Äh, ich würde mal gern das hier nehmen, so ein bisschen. Ein bisschen hier mit so. Zack, 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 zack. Ne, habe ich Bock drauf. Ich weiß, oh. Ich habe immer noch keinen hellen Jack-Gedöns-Zeugs. Äh, ich kann mich eigentlich erstmal töten lassen, würde ich schon fast sagen. Wobei, wir haben schon fast 10 erledigt. Oh, Heilung. Genau deswegen wollte ich mich nämlich töten, aber nee, muss ich. Also das ist ja gerade eigentlich ganz nett. Wenn die hier immer wieder Heilung droppen. Ja, mit der Waffe. Ganz ehrlich. Was spricht dagegen? Aber, dass die mich jetzt hier beballern, das ist eigentlich nur noch ein bisschen erschwert. Erschwerter Modus, sage ich mal, ne? Das hat jetzt nicht, also ich muss jetzt nicht irgendwie schnell sein, weil die hier irgendwas kaputt bomben und ich dann wegbreche oder sowas. Hälfte haben wir schon. Mehr als die Hälfte jetzt sogar schon. Also, mit der Waffe ist es ja wirklich, das ist ja fast wie Cheaten. Finde ich gut. Ich mag's, wenn's einfach ist. Und vor allem so befriedigend auch noch gleichzeitig, weil wir ja schon viel auf einmal erledigen hier. Aber das ist ja generell eigentlich so bei solchen Spielen. Also sei es jetzt sowas wie The Legend of Spyro oder sei es das Spiel jetzt hier, wo wir unsere Waffen bekommen, upgraden und sowas und halt immer bessere Sachen bekommen. Oder sei es Breath of the Wild, wo man einfach haltbarere und krassere Sachen einfach bekommt. Und man ist einfach, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, dass wir im Endgame sind, aber wir gehen auf jeden Fall mal darauf zu, mindestens. Und da hat man's dann einfach meistens recht einfach in 4-3-Hinsicht, weil man einfach so geile Waffen bekommt, mit denen man fast gar nicht verkacken kann. Das find ich halt cool. Das find ich immer sehr befriedigend. Mhm, was geht jetzt? Hab ich jetzt hier jemanden gerettet oder ist das schlecht, dass ich die befreit hab? Oder hab ich... Nee, das ist schlecht. Okay, die sollen nicht abhauen. Das sind meine Gegner. Aber nett, dass ich... Oh, nö. Ich wollte gerade sagen, nett, dass ich hier, ähm, Turbo bekommen habe. Leider. Hier braucht Zeitlimit. Aber hier sind jetzt Brücken. Das find ich schon mal sehr fair. Ah, wie soll ich die denn einholen hier? Selbst mit Turbo. Also ich hoffe, ich krieg neue... Das sind aber nicht... Doch, das sind die. Hallo. Natürlich muss ich jetzt mit dem Gefährte diese lustigen Bomben benutzen. Das scheint ein bisschen schwieriger sein. Okay. Ich muss die alle in dem Zeitlimit... Es ist aber... Aber schon ein bisschen hart, ne, Leute? Das waren jetzt... Ach! Das sind die doch gar nicht. Ja, da waren jetzt Punkte auf der Karte, ne? Ich war jetzt irgendwie... Gut. Ich hatte... Warum ist der jetzt so groß? Der ist doch größer als gerade, mein Gefährt hier, oder? Komisch. Naja. Ähm. Ne, ich hab jetzt nur gerade Punkte auf der Karte gesehen und dachte so, ja, okay, das ist... Ja, dann muss ich töten. Aber nein. Das sind einfach nur andere... Fahrzeuge. Die ich aber durchaus töten kann, um Turbo zu bekommen. Das ja. Aber ich glaub, das funktioniert hier in dem Fall jetzt gerade nicht so ohne weiteres. Das sind doch die Plünderer. Hallo. Oh, shit. Tod. Sehr schön. Ja. Die war ja dann Conker, immer noch. Äh, hab ich jetzt zwei Wege? Das ist... Das ist aber blöd. Ich hoffe, die verarschen mich hier nicht. Glaube ich doch nicht, aber... Kann ja passieren. Ja, aber das ist das mit dem Roten. Das hat mich irgendwie so ein bisschen... Ja, ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick. Und ich muss natürlich auch auf mein... Mein Dings da selber aufpassen. Mein Gefährt, weil... Das ist wahrscheinlich nicht so haltbar, wie das, was ich mir vorhin gekauft hatte. Vielleicht können wir auch mal so ein bisschen... Strategisch so, wisst ihr? Jetzt will ich mal ein bisschen rumspringen und aus der Luft quasi so ein bisschen angreifen. Vielleicht funktioniert das ja auch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das... Dass der durch passiert. Aber es war auf jeden Fall gut. Würde ich schon sagen. Gar nicht mit Leben. So. Ja, das ist gut. Aber ich hätte ganz gerne... Also ich glaube, ich hab ihn zwar getötet, aber ich hab ja leider sein Turbo nicht eingesammelt. Das ist, ähm, belastend. Und ich... Ich komm mit dem Ding auch ehrlich gesagt nicht klar, weil ich nicht weiß, trifft das dann. Und ich will nicht voll in die Reihen fahren. Weil das kostet zum einen Zeit und zum anderen auch wirklich, ähm... Ja, meine Haltbarkeit des Fahrzeugs. Ich jetzt hier eigentlich nicht strapazieren möchte, dadurch, dass ich Turbo sammeln möchte. Äh, wo fährt der jetzt? Der fährt jetzt einfach nur in den Kreis, ja? Der fährt jetzt nicht wieder da rein. Ne, tu dann nicht. Gut. Das ist schon mal good to know. So, so, komm. Los. Schieß. Das funktioniert gut mit dem Springen, finde ich. Irgendwie. Also, das ist... Das ist eine legit strategy. Irgendwie. So, und der fährt jetzt nach rechts, oder? Der bleibt irgendwie stehen, ganz komisch. Ja, der fährt schon. Ah, ich hab keine Zeit. Warum hab ich jetzt gerade keine Zeit mehr? Ist das ein Bug oder ist das normal? Ist das richtig? Warum hab ich denn für den letzten plötzlich keine Zeit mehr? Das verstehe ich nicht. Los. Okay. Man müsste auch bergauf fahren dafür am besten. Damit sowas funktioniert. Los. Triff. Flieg und sieg. Hab ich denn jetzt? Schade. Das sah eigentlich so aus, als hätte ich ihn treffen können dadurch jetzt. Aber, hm. Kann der noch wirklich jetzt entkommen? Also, wir haben ja jetzt keine Zeit mehr. Aber hat der irgendein Ziel, was er erreichen kann? Und dann hab ich verkackt. Ich werde einfach weiter ballern. Vielleicht treffe ich ihn ja aus Versehen. Ich befürchte, das geht gar nicht. Weil er das nicht kontinuierlich durchbrechnet. Keine Ahnung was. Wär cool. Wär richtig geil. Wenn ich einfach plötzlich da 0 stehen hätte oben rechts. Der ist doch schon schnell. Also, der stand vorhin so lange auf der Karte. Da dachte ich so, hm. Fährt jetzt überhaupt? Und das ist ein bisschen gefährlich hier. Aber durch sowas nehme ich irgendwie kaum Schaden. Was auch beeindruckend ist. Und ich glaube. Muss ich auch mal wieder ein bisschen die anderen Leute beballern. Weil ich kriege... Ich verliere den Anschluss hier. Ich brauche Turbo eigentlich. Sehr dringend. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Aber ich will den jetzt noch nicht... Plünderer... Das ist so dumm. Ich weiß ja gar nicht, wann er entkommt und wann nicht. Und ach, das ist ja... Hm. Also irgendwie... Warum ist der mir so krass weggefahren jetzt? Ich traue mich ja gar nicht, die Turbos jetzt hier zu benutzen. Also ich weiß, von jedem der plünderer Autos bekomme ich ja einen Turbo. Das ist... Wenn ich jetzt nicht komplett kacke fahre. Das ist okay. Das heißt, einen kann ich am Anfang schon mal immer zünden. Der zweite war zugegeben auch recht knapp. Vorhin. Aber ich finde es irgendwie weird, dass da jetzt keine Zeit mehr ist. Der war halt trotzdem irgendwie so ein Ziel hat, wo der entkommen kann. Oder eine Reichweite. Und eigentlich hätte er das auch voll sitzen müssen. Also ich glaube, sowas zählt einfach nicht so richtig. Schade eigentlich. Aber trotzdem. Irgendwie... Das macht gerade doch schon Spaß alles hier. Also ich finde das irgendwie jetzt... Wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel arrangiert. Das ist doch nett, doch. Momentan muss ich auch schon sagen, doch. Ja, es ist irgendwie schon deutlich besser als Jack 2 für mich persönlich. Vom Befinden her, aber... Ja, trotzdem. Bleibt dabei. Nichts kommt da über den ersten Teil. Und das lief doch jetzt alles schon mal deutlich, deutlich besser. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade so eine super Idee ist, was ich hier mache. Quer fällt ein und eigentlich auch schlecht. In jeglicher Hinsicht. Aber gut. Den kriegen wir noch, den Sack. Hoffentlich. Überlege jetzt schon fast nochmal. Ja, komm, ich nehme nochmal einen Turbo. So, da ist er. Zeit mir deine... Dein Turbo zu geben. Ach, ich habe jetzt sogar durch einen anderen noch einen Turbo bekommen. Das ist gut. So, und jetzt hoffe ich doch mal, dass das besser funktioniert als gerade. Gerade hat es ja gar nicht funktioniert. Ja, das ist eigentlich dumm. Ich wollte halt nicht, dass ich in den Reihen krache, aber das war halt doch trotzdem ein bisschen... Ein bisschen blöd schon. Ich nehme mir direkt nochmal einen Turbo. So, Kollege. Das war's. Komm. Schieß doch nicht so hoch, Junge. Mann. So. Geht doch. Und jetzt? Gute Arbeit, Held. Ich meine, Jake. Und du auch, Oronzer Blitz. Wir sind euch sehr dankbar. Es kann sein, dass ich euch falsch eingeschätzt habe. Dieses Artefakt ist ein Precursor, Prisma. Ihr werdet es gebrauchen können. Bitte, nehmt es als Zeichen unseres Dankes. Wäre es ja super, wenn ich was sehen würde. Ähm, ja. Ich wollte jetzt natürlich nicht unterbrechen, aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt als... Achso, da ist ja der... Dieser Hügel, da ist ja da direkt schon. Dann können wir da auf jeden Fall vorbeischauen. Mission. Ähm. Ja, das ist dieses Nest. Mhm. Wie sieht's denn jetzt mit Prozenten aus? Uiuiui. Also, wir sind echt schon verdammt weit. Das ist krass. Das ist krass. Ähm. Geheimnisse müssen wir gar nicht erst nachschauen. Ja, bringt mir dieses Prisma, dieser Prisma... Ist das eigentlich... Ist es das Prisma oder der Prisma? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine schreckliche TV-Zeitschrift ist. Die meine Eltern irgendwie mal abonniert hatten, offenbar, oder so. Warum auch immer. Das ist auch so ein Relikt. Fernsehzeitschriften, ey. Junge. Retro-Zeit, die man eigentlich definitiv nicht mehr braucht. Aber ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Senioren, die sowas sehr lieben. Da seid ihr. Dachte schon, ihr hättet die Kurve gekratzt. Ich habe hier ein Ekokristall gesehen. Das könnt ihr haben. Allerdings, hier wurden jede Menge Metallschädel gesehen. Lasst uns diesen Mistkerl jetzt mal eine schöne Willkommensparty bereiten. Was meint ihr? Machen wir sie fertig. Los geht's. Was meint ihr ist eigentlich eine Frage. Da wird mit einem Fragezeichen ein Perm-Ausrufezeichen geschrieben. Selbst wenn es rhetorisch ist. Aber gut. Die Untertitelmacher wissen, was sie machen. Nicht. Ich finde es auch schön, wie es eigentlich saulangsam ist, dieses Gefährt. Aber die Reifen trotzdem so aussehen, als würden sie sich in Hypergeschwindigkeit drehen. Weil sie keine richtige Textur mehr haben. Wir dürfen also jetzt nochmal den gleichen Spaß hier machen, ja. So ganz verstanden habe ich aber nicht, was ich jetzt hier machen soll. Soll ich einfach wieder irgendwas töten? Ich meine, ich fand die Mission sehr immersiv beim letzten Mal. Also auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Ich muss sagen, ich habe irgendwie... Ich muss echt sagen, gerade enjoy ich das Spiel auch wirklich. Hätte ich echt nicht mehr gedacht. Leider, muss ich sagen. Hätte ich das nicht mehr gedacht. Äh, das ist glaube ich keine... Ja, so gut hier hin. Jetzt nicht so viel Schaden genommen zum Glück. Ich habe den Aufbau hier von diesem Rondell da immer noch nicht so ganz verstanden, muss ich auch sagen. Aber... Ja, man kann da unter dieser Brücke irgendwie durchfahren. Das habe ich ja jetzt gerade nochmal gesehen. Ah, Metall. 1000 Füßler. Irgendwie so ein Spaß. Das... Oh mein Gott, Nightmare Fuel. Oder ist das einer? Ne, das sind ja 5 offenbar. Aber warum hat das eine Leiste? Oder spawnen die nacheinander, dass ich jetzt wirklich immer nur den einen einzigen bearbeite? Ich weiß es nicht, aber das Ding ist... Ne. Ich will es auf jeden Fall töten. Äh, wo kommt denn das denn? Normal aber... Ah, wieder raus. Ist offenbar random. Oder so. So. Nummer 1 ist Geschichte. Wo ist Nummer 2? Kann man das irgendein... Okay, da sehe ich jetzt einen Punkt auf der Karte. Aber es ist ja nicht so wie bei, weiß ich nicht, Skyward Sword, Moldo Guard, dass man da sehen kann, okay, der buddelt sich jetzt aus der Erde. Achso, wir müssen in ein anderes Gebiet sogar. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Okay. Ja. Na gut. Ja, das war ja ein ganzes Stückchen in dieser Höhle. Vielleicht kommen wir jetzt auch in neue Gebiete, das weiß ich natürlich nicht. Aber oh, sollte nicht zu schnell sein. Aber das gefällt mir eigentlich, oh, 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 am besten, wenn er hier so Volvagia-mäßig macht. Einfach nur aus dem Boden rausgeschossen kommt, ohne dass er mich irgendwie attackiert. Kann aber sein, dass das auch damit zusammenhängt, wie viel Schaden ich ihm schon gemacht habe. Dass er irgendwann halt anfängt zurückzuschießen. Aber, dazu hat er nicht mehr viel Chancen. Weil er ist schon ziemlich tot. Sehr gut. Ich weiß halt nicht, wie viel die kleinen Dinger hier eigentlich an Schaden machen. Oder ob die überhaupt Schaden machen. Oder was mir hier Schaden macht. Irgendwas macht mir ja hier hin und wieder Schaden. Und wo muss ich jetzt? Ist so ganz verstanden, habe ich... Ja doch, es sind, glaube ich, die kleinen Dinger, die mich jetzt gerade angesprungen haben. Hier hoch? Ja, ach du Kacke. Alles sehr schmal und so, aber ja. Ai, 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 ai. Schon irgendwie nett. Ich muss jetzt hier lang fahren, ja, das ist so. Glaube ich, hoffe ich. Und hier irgendwo ist jetzt gleich... Da kommt das nächste Viech. Weg mit dir. Und da vorne, jawohl. Schon wieder fast tot. So muss das. So, sehr gut. Zwei noch. Noch sieht unsere Lebensenergie ganz gut aus. Ähm... Die Mini-Mavis ist ja noch... Oh, ja, machen wir mal. Manchmal auch einfach ein bisschen arg ungenau. Ich bin aber meistens einfach... Ja, jetzt sind wir auch wieder im ersten Bereich gewesen. Ja, ja. Ähm, ich bin auch manchmal... Nicht manchmal, ich bin meistens halt einfach zu faul, auch auf die richtige Karte zu gucken. Vor allem, weil die so unglaublich groß ist. Ah, hier auf der... Ah, ja, 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 okay. Hallo, hallo, hallo. Warum, warum ist der denn jetzt hier schon so... Ja, in Zurückschießstellung? Finde ich ein bisschen dreist. Warum kommt der nicht ganz normal aus dem Boden geschossen? Das finde ich... Finde ich freundlicher. Oh shit, wir müssen hier langsam ein bisschen aufpassen. Weil hier ist gerade... Ja, so ein Treibsandboden-artiges Ding ist da. Und das... Da will ich jetzt nicht unbedingt drauf stehen, wenn ich hier angegriffen werde von dem Viech. Und jetzt wieder zurück in die andere Halle hier. Naja. Es ist quasi zweimal derselbe Weg, den ich hier fahren muss. Und dann wieder raus und dann... Ja, wahrscheinlich wieder zurück zum Hauptquartier. Irgendwie zurück nach Spargus, wie auch immer. Ah, ich hab mich irgendwie wieder ein bisschen dran gewöhnt an dieses Hin und Her. Dass man halt hier immer wieder hin und her fahren muss. Das ist halt einfach die DNA von Jack 2 und 3. Es ist halt so. Man muss es nicht mögen. Aber ich find's jetzt auch gar nicht mehr so krass schlimm. Der taucht auch immer schönst vor mir auf. Ich muss gar nicht aufpassen, wo er auftaucht eigentlich. Das ist ganz nett. Was er mir jetzt vorhin so Schaden zugeklickt hat, eigentlich nicht. Aha, da hinten. Hallöchen. Er ist tot. Sehr gut. Warum ist denn da noch ein Punkt? Muss ich noch was einsammeln? Oder ist da noch... Der ist... Der ist tot. Ach so. Da ist ein Punkt. Okay. Ah. Der hat einen hellen Echo-Kristall gehabt. Alles klar. Ich kann es eigentlich... Ich glaub, ich hab das langsam verstanden, das System, oder? Das ist eigentlich ein bisschen traurig, aber... Ähm... Ich hab's bisher noch gar nicht verstanden gehabt. Aber ich... Ich glaube, das hängt zusammen, oder? Scheiße. Ich will mal grad in mein Inventar schauen. Ich hab grad so ne Vermutung. Ich glaub, wir bekommen immer ne Fähigkeit, wenn wir einen... Einen Stein da haben, oder? Das heißt, ich könnte jetzt... Vom Gefühl her irgendwie wieder zu nem Mönchstempel, oder wo auch immer ich... Beim hellen... Vom hellen Jack was bekomme. Ähm... Und könnte quasi für diesen hellen Stein ne neue Fähigkeit bekommen. Ist das so? Wenn ja, ist mir das bisher nicht aufgew... Oder ist es mir nicht klar gewesen? Sagen wir mal besser so. Das ist eigentlich schon cool, irgendwie. Wenn gleich man sagen muss, trotzdem, ich, äh... Nutze die vor allem auch einfach zu wenig. Ich will nicht sagen, dass die nutzlos sind. Also grad mit der Regenerationsfähigkeit hier vom hellen Jack. Sehr praktisch. Aber ich... Ich nutze es einfach zu wenig. Den dunklen Jack sowieso, also... Sondern Jack 2. Und auch hier. Irgendwie... Bietet sich das für mich meistens... Und ich muss sagen, jetzt in der heutigen Aufnahme hier, die zwei... Wie für... Ja doch, zwei Parts. Da bin ich... Also jetzt... Jetzt grad konkret bin ich sowieso meistens rumgefahren. Und wenn ich zu Fuß unterwegs war... Diese eine Szene, da in dieser... Diesem Wassergefängnis in der nächsten Mal. Ist da oben ein Orb? Da oben ist ein Orb. Darf ich mir das... Darf ich mir das holen? Ich darf nicht aussteigen, wie es scheint. Ich darf mich nur von diesen Viechern hier fressen lassen jetzt. Hier sind überall Orbs. Ja, okay. Muss ich mir mal merken, hier kann ich bestimmt auch zu Fuß rein. Aber das darf ich nicht in dieser Mission machen. Und bevor die mich hier aufknabbern, sollte ich auch ganz dringend hier raus. Ja, Baby. Ich liebe den Geruch verschmessenden Metall. Das war eine sehr gute Übung für den Ernstfall. Und der steht kurz bevor. Was hat Damus mit Haven City zu tun? Das geht dich nichts an. Warum hast du für ihn spioniert? Hä? Sagen wir mal, Damus hatte was in der Stadt verloren und ich sollte es für ihn suchen. Was kümmert es dich, Mann? Die Leute von Haven sind Schächlinge, das weißt du doch. Die hatten den Krieg verloren, bevor er begann. Zum Glück hat Damus einen Plan, wie wir überleben. Du spielst mit dem Leben der Leute. Na und? Ich habe auch mit meinem gespielt. Der stärkste Überleben, Baby. Mach lieber mit und halt dich. An die Seite der Sieger. Welche Seite ist das? Die ganz oben auf der Liste. Leider ist die Liste ziemlich lang. Ja, eine Schei... Oh, das nehmen wir raus. Und was jetzt? Ja, ich wollte jedenfalls einfach nur gesagt haben, an der einen Stelle, da bin ich ja mit meinen Waffen super klargekommen. Also da hatte ich überhaupt kein Bedürfnis, überhaupt nur an den dunklen Jack zu denken. Und guckt mal, ja, jetzt habe ich hier wieder die Faust auf der Karte. Und die Faust ist der Mönchstempel? War das so? Äh, nee, was war denn die Faust? Ach, die Faust. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, der Mönchstempel war für den dunklen Jack und das da drüben war vielleicht für den hellen Jack oder ist das jetzt was weiß ich? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall mal vorbeischauen. Na? Beim nächsten Mal. Nächste Aufnahme dann. Und, ähm, ja. Dann geht's zurück nach Haven City oder nicht? Haben wir jetzt hier noch was zu tun? Sprich mit Cleaver. Okay. Ich hatte aber doch noch was zu tun in Haven City. Warum ist die Mission denn jetzt komplett weg? Das verstehe ich spontan nicht. Also, so gar nicht. Naja, gut, ähm. Ich will das ja eigentlich gar nicht mehr in den Park mitnehmen, aber ich glaube, das ist ein besserer Speicherpunkt in gewisser Weise. Ähm. Naja, ich fahr jetzt hier einfach mal rein. Dann nehmen wir diese Grenze noch mit, die jetzt wahrscheinlich dann kommt, ne? Und die neue Mission quasi. Und dann speichern wir da. Cleaver, ich suche ein paar wichtige Precursor-Artefakte. Doch mal läuft die Zeit davon. Moment mal. Ich habe tatsächlich ein seltenes Artefakt verkauft. An ein paar wirklich nette Metallschädel. Das Teil war aber echt hässlich. Sah irgendwie aus wie Hundefutter. Haben reichlich Kohle dafür hingeblättert. Sie sah nett aus. Sehr gepflegt. Wisst ihr? Schöne Zähne und Clown. Bringt den Motor auf volle Leistung. Dann könnt ihr sie bestimmt noch einholen. Ich fahre. Jack, geh an die Kanone. Jackster. Los, einsteigen, hinsetzen, Klappe halten. Joa, beim nächsten Mal dann. Ganz ruhig. Alles klar. So, nochmal kurz einen Zwischenstand. Wie viel haben wir? Okay. 68. Hat man das nicht irgendwie gerade schon? Nicht mehr aufgepasst. Gut, aber 68% haben wir jetzt schon. Fast 69. Wir sind aber auch schon fast neun Stunden dabei. Das kommt mir echt nicht so vor. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir bei Jack 2 gehangen haben. Ich guck mal. Jetzt kann ich wahrscheinlich gerade sowieso nichts anderes mehr machen. Bis zur nächsten Aufnahme. Okay. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.